Anyway, ihr befindet euch gerade im Drachenhort, in der Bank, in einer der Filialen der zentralen Bank von Eido1 und seid auf dem Weg zu einer bestimmten Person, dessen Namen ich absolut nicht vergessen habe, Christa, die euch jetzt bedienen wird. Ihr kommt in ein abgeschottetes Büro, das mit Glas abgeschottet ist. Man kann durchsehen, aber sobald ihr eintretet, wird auf den Knopf gedrückt und alle Scheiben werden milchig. Das ist ein bisschen Privatsphäre. Oh, fancy. So hast du das übrigens wirklich in modernen Banken. Ich habe eine bestimmte Bank in der Inspiration. Und vor euch sitzt eine sovilianische Drachenblütige an einem Tisch mit einem Computer. Schönen guten Tag, was kann ich für Sie tun? Hi. Wir haben diesen Gutschein hier. Ah, Sie wollen also eine Immobilie mieten? Mieten, ja. Okay. Ja, normalerweise findet man hier im Niemandsbezirk sowieso nichts anderes außer mieten. Außer Sie möchten kaufen. Dara? Möchten Sie eine Immobilie kaufen? Nein, noch nicht. Hm, das mag ich. Also, wohin soll es denn gehen? Soll es denn eher an der Guillotine sein? Oder soll es eher im Clubviertel? Oder... Wir sind hier mitten auf dem Land. Ach, es gibt keinen Meerblick. Nun, Chef. Also, das Clubviertel klingt eigentlich ziemlich gut. Gibt es irgendwas in der Rotlichtstraße? Hm, es gibt nicht die Rotlichtstraße, es gibt ein Rotlichthaus. Aber das ist ein Haus, wo alles quasi drin ist. Aber was ist denn in dem Gutschein enthalten? Eine Monatsmiete? Ne, eine Wochenmiete. Und egal welches Haus? Nein. Wir müssen schon jetzt genau sagen, welches Haus Sie haben wollen. Am besten nehmt ihr nochmal Platz. Bis zu einer gewissen Größe nehme ich an. Ja, ihr müsst mir sagen, was ihr haben wollt. Ach so. Ja, also 200 Quadratmeter Rechnung. Es sind 200 Quadratmeter aufgestellt. Nehmt doch erstmal Platz. Also, es darf gern auch familienfreundlich sein für einige. Und dann bei einem Bordell. Gibt es so einen Hintereingang in eine andere Gasse? Ja, den gibt es. Setzt euch doch erstmal. Ja, das Kind ist noch sehr jung. Ich glaube nicht, dass es das stören würde. Rede ich mit einer Wand oder so? Ja, wir setzen uns. Ja, wir setzen uns. Ja, wir setzen uns. Ich bleib stehen. Wurfelt ihr bitte einmal auf Wahrnehmung? Alle? Na, ihr drei. Ich bin auch da. Ja, du hast dich aber nicht hengesetzt. So, okay. Ja. Das ist richtig. Ich bleib stehen. 21. 21. 21? Das ist wahrscheinlich immer noch besser als ich. Das ist eine natürliche Eins. Okay, wunderbar. Sieben. Damit habe ich gehofft. Ihr beide setzt euch auf zwei normale Stühle. Deiner sieht komisch aus. Und während du dich draufsetzt, merkst du, wie dich was hiegst. Und wie quasi der Stuhl versucht, über dir ein Maul zu bilden. Kann ich da dagegen gehen? Mimic? Ja. Mit einer Hand. Und Christa sofort, Jerry. Das sind Kunden. Keine Angestellten. Keine Angestellten. Entschuldigung. Das ist mir total peinlich. Dafür bekommen wir eine Entscheidung. Das ist Jerry, unser Kopierer. Vermutlich, weil er Gegenstände kopiert? Ja, Gegenstände und manchmal auch. Hast du schon wieder nichts zu essen begangen? Ich werde mit dem Chef reden und dann können wir das machen. Und dein Stuhl, du wirst so hoch gehoben und der Stuhl geht langsam raus. Die haben drei Meter Bewegungsrate alle sechs Sekunden. Also wirklich langsam aus dem Büro. Scheiße. Spannend. Hat alles System. Entschuldigung, hier ist der richtige Stuhl. Ich kann auch stehen. Kein Problem. Ich habe schon viele Monate meines Lebens aufrecht und still gestanden. Okay, ich wollte nur sagen, Jerry ist rausgegangen und Elsa hat Urlaub. Also. Ist noch jemanden, den ich kennen sollte? Kommt drauf an. Wir kommen vor ein Thema ab. Wie viel wollt ihr denn? Eine Wohnung. Eine Wohnung. Genau. Genau.